Okay, heute, was ist das für ein Kapitel dann? Kapitel 3 So, also heute Kapitel 4, Durch die Wüste. Wir schauen mal an, was war am Ende passiert in der letzten Folge. Die letzten drei Zeilen lese ich mal eben schnell durch. Der Sage nach soll es dort tatsächlich einen Schatz geben, erklärt Kolle. Angeblich sind schon viele aufgebrochen, um ihn zu suchen, doch es ist noch niemand zurückgekehrt. Vielleicht sollten wir mal nachsehen, schlägt Primo vor. Nur mal kurz, meine ich. Das werden wir bestimmt nicht tun, entscheidet Willard. Schätze, könnt ihr später suchen, wenn Kolle geheilt ist. Jetzt müssen wir erstmal die Wüste hinter uns bringen und glaubt mir, das wird abenteuerlich. Dann ist Lila Kapitel 4 Übrigens wissen wir doch jetzt, wer ist das mit dem Kürbiskopf? Wer ist das? Kolle. Genau. Und wer ist das? Wer ist das ohne Kürbis, das Lilande hier vorne? Der echte Kolle. Ich weiß nicht, ich denke mal, das hier vorne, also Kolle ist der mit der Kürbismütze, damit er keine Kopfschmerzen kriegt, wenn er draußen rumläuft. Aber das hier könnte Willard sein und das Primo. Nee, die sind doch meine kleine Borstdorf, Primo, oder die sind richtige Bilder. Und das hier hinten, das ist der Tempel, um den es gerade eben ging, was wir gelesen haben. Und da drin muss ein Schatz sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, Kolle wird irgendwann geheilt sein und da wird er mit Primo zusammen in den Tempel gehen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ich weiß schon, dass es eine Hütte ist. Eine Höhle, ein Tempel. Weißt du, woher hast du, wenn das Buch weg ist? Machen wir eben das Drachenbuch da hinten rein. Okay, so jetzt gucken wir also erstmal. Jetzt sind wir also bei Kapitel 4, durch die Wüste. Durch die Wüste. Nachdem sie den Fluss durchquert haben, marschieren sie nach Norden. Im ersten Moment findet Primo die Wüste aufregend und auf eine seltsame Weise schön. Er kann sich noch erinnern, wie er früher als kleines Kind im Sand am Flussufer gespielt hat. Doch schon nach ein paar Schritten merkt er, dass das Laufen auf dem weichen Untergrund beschwerlich ist. Denn bei jedem Schritt sinkt man ein wenig ein. Außerdem wird ihm bald heiß. Können wir mal eine Pause machen, bittet er. Wir stapfen jetzt schon seit Ewigkeiten durch diese öde Wüste. Seit Ewigkeiten? fragt Willert. Wir sind doch gerade erst losmarschiert. Primo dreht sich um und starrt verblüfft auf den Waldrand, der viel näher hinter ihnen liegt, als er erwartet hätte. Die Wüste scheint sein Zeitgefühl zu verwirren. Lasst uns lieber weitergehen, sagt Willert. Wir müssen vor Anbruch der Nacht einen sicheren Unterschlupf finden. Mühsam stapfen sie weiter, überqueren Berge aus Sand und kommen an seltsamen Gebilden vorbei, die wie grüne, aufeinander gestapelte Kürbisse aussehen, jedoch spitze Stacheln haben. Ich kann nicht mehr, keucht Kolde, als sie einen weiteren Sandberg erklommen haben. Mir ist so heiß in diesem Kürbis, ich muss ihn abnehmen. Nur kurz. Nein! widerspricht Willert scharf. Die Sonne brennt hier in der Wüste intensiver als in der Ebene. Es könnte dich töten, wenn du ihren Strahlen direkt ausgesetzt bist. Aber mir platzt gleich der Schädel hier drin. Besser du schwitzt, als du brennst, meint Primo. Außerdem ist mir genauso heiß. Ich wünschte fast, ich hätte auch einen Kürbis, den ich mir auf den Kopf setzen könnte. Du kannst gern meinen haben, krummelt Kolde. Doch er macht keine Anstalten, ihn tatsächlich abzunehmen. Mühsam schleppen sie sich weiter. Die Wüste scheint kein Ende zu nehmen. Inzwischen findet Primo all den Sand nicht mehr schön, sondern nur noch erdrückend. Die Sonne steht schon tief, stellt Willert fest. Ich hatte gehofft, dass wir die Wüste bis Sonnenuntergang durchquert haben. Aber das schaffen wir nicht mehr. Ich bin froh, wenn die blöde Sonne endlich untergeht, meint Kolde. Nachts ist es hier besonders gefährlich, erwidert Willert. Wir Monster können uns schon von Weitem sehen und es gibt kaum Versteckmöglichkeiten. Können wir nicht eine Hütte bauen, in der wir die Nacht verbringen, schlägt Primo vor. Dafür haben wir nicht genug Material. Aber hier ist doch jede Menge Sand. Aus Sand kann man keine Hütte bauen. Kommt, vielleicht haben wir Glück und finden einen Unterschlupf. Tapfer trotten Primo und Kolle hinter ihrem Anführer her. Allmählich färbt sich der Sand um sie herum golden, dann orange-rot. Plötzlich bleibt Willert stehen und zeigt auf ein Gebilde in der Nähe, das Primo für eine Sandhügel gehalten hätte. Na bitte, ruft er aus. Da vorne ist ein Brunnen, dort können wir die Nacht verbringen. Es ist nicht sehr gemütlich, aber wenigstens verdursten wir nicht. Kommt schnell, bevor die Sonne endgültig untergeht. Als sie sich dem Gebilde nähern, erkennt Primo ein kleines Dach auf vier Säulen. Der Boden ist mit angenehm kühlem Wasser bedeckt. Erleichtert nimmt Kolle den Kürbis ab. Wer auch immer dieses Bauwerk hier mitten in die Wüste gebaut hat, Primo ist ihm unendlich dankbar. Willert befestigt eine Fackel an einer der Säulen, helft mir die Seitenwände mit Sand abzudichten. Ich dachte, aus Sand kann man keine Häuser bauen, fragt Primo. Man kann daraus kein Dach über den Kopf herstellen. Aber wenn du schon, so können wir uns vor Monstern schützen. Rasch schichten sie zwischen den Säulen Sand auf. Nur an einer Stelle oben unter dem Dach lassen sie ein Loch, damit wir erkennen können, wann es hell wird, sagt Willert. Als sie ihre behelfsmäßige Unterkunft abgedichtet haben, ist die Sonne bereits untergegangen. Man hört das Stöhnen und Knochenklappern der Monster, die durch die nächtliche Wüste streifen. Die Gefährten teilen sich ein Leib Brot zum Abendessen. Während sie im flachen Wasser stehen, wirft Primo immer wieder sorgenvolle Blicke auf Kolle. Sein Freund sieht zwar blass und erschöpft aus, doch es gibt keine Anzeichen, dass er sich in einen Nachtwandler verhandelt. Nach einer Weile fängt Primo an zu zittern. Es ist kalt. So ist das nun mal in der Wüste, erklärt Willert. Tagsüber ist es heiß und nachts ist es kalt. Warum ist das so, fragt Kolle. Das weiß Notch allein. Die Wüste ist blöd, krummelt Kolle, und dieser Brunnen ist ein schlechter Unterschlupf. Wie sollen wir denn hier im Wasser schlafen? Gar nicht, erwidert Willert. Und das ist vielleicht auch besser so. Dann hast du jedenfalls keine bösen Träume. Frierend, die Arme eng um sich geschlungen, stehen die drei Freunde im Wasser und warten darauf, dass es endlich wieder hell wird. Doch die Nacht scheint nicht enden zu wollen. Wer hat eigentlich diesen Brunnen gebaut? fragt Kolle irgendwann. Und den alten Tempel, an dem wir vorbeigekommen sind? Das weiß niemand, sagt Willert. Mein Vater könnte es wissen, widerspricht Kolle. Er liest viel in alten Büchern, die von früheren Zeiten berichten. Ich habe immer gedacht, er verschwendet seine Zeit, wenn er sich mit Dingen beschäftigt, die vor Ewigkeiten passiert sind. Aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Er seufzte tief. Wenn ich jemals gesund in unser Dorf zurückkehren sollte, werde ich auch all die Bücher lesen. Vielleicht finde ich dann heraus, wer diesen Brunnen gebaut hat. Willert nickt. Vieles in unserer Welt ist geheimnisvoll. Manchmal frage ich mich, ob das alles irgendeinem verborgenen Zweck dient. Und was für einen Zweck denn, fragt Primo. Na, ich weiß es nicht, wie erwidert Willert. Aber der Fremde, den ich einst traf, der hat mir erzählt, dass unsere Welt nicht die wirkliche ist. Was meinte er denn damit, will Kolle wissen? Dieser Brunnen, die Wüste, die Monster, die da draußen herumlaufen, du und ich. Wie könnte das alles nicht wirklich sein? Na, das kann ich dir auch nicht erklären. Er sagte, wir Dorfbewohner könnten das nicht verstehen. Und dann hat er noch gesagt, die Welt, aus der er kommt, sei vielleicht genauso wenig die Wirklichkeit wie unsere. Wo ist er eigentlich? fragt Primo. Wo ist wer? antwortet Kolle. Na, der Fremde, der neulich im Dorf war. Die Fremden gehen oft ihre eigenen Wege und bleiben nicht lange an einem Ort, stellt Willert fest. Sie erforschen unsere Welt. Ich glaube, das macht ihnen Spaß. Der Fremde, den ich damals traf, hatte vor, ins Ende zu reisen. Und den Enderdrachen zu besiegen. Stellt euch das mal vor. Ich dachte immer, das mit dem Enderdrachen sei nur ein Märchen, bemerkte Kolle. Vielleicht ist es das auch, erwähnt Willert. Bei den Fremden kann man nie so genau wissen, ob sie einem die Wahrheit sagen oder nicht. Aber ich glaube, er meinte das ernst. Und wie wollte er dort hinkommen, ins Ende? fragt Primo. Das hat er mir nicht verraten. Sie unterhalten sich eine Weile. Primo versucht, mehr darüber herauszufinden, warum Willert einst das Dorf verlassen musste. Doch der Einsiedler weicht seinen Fragen aus und bleibt schweigsam. Allmählich verblasst das schmale Stück Himmel, das sie durch die Öffnung unter dem Brunnen-Dach sehen können. Kurz darauf hört man das aufgeregte Stöhnen und Klappern der Monster, die von den Sonnenstrahlen versenkt werden. Ich glaube, wir können jetzt aufbrechen, sagt Willert. Setz deinen Kürbis wieder auf, Colle. Muss ich das wirklich? Ja. Colle stöhnt, aber er geforscht. Bevor sie sich auf den Weg machen, entfernen sie noch den Sand aus den Zwischenräumen der Säulen. Primo und Colle maulen über diese ihrer Ansicht nach sinnlose Tätigkeit, doch Willert besteht darauf. Vielleicht durchkehrt eines Tages jemand anderes die Wüste und braucht einen Unterschlupf oder Wasser, erklärt er. Dann würde er den Brunnen vielleicht nicht erkennen, wenn die Öffnungen mit Sand verstopft sind. Endlich setzen sie ihren Weg durch die Wüste fort. Bald sieht Primo in der Ferne einen steilen Berg aufragen, dessen Gipfel sogar die Wolken überragt. Staunend betrachtet er das gigantische Felsmassiv. Der ist aber riesig, stellt er fest. Das ist er wirklich, erwidert Willert. Man nennt ihn den Himmelsturm. Manche glauben, Notch selbst habe auf den Gipfel einen Tempel errichtet. Und wer es schafft, den Berg zu erklettern, kann dort mit ihm reden. Doch niemand ist jeder oben gewesen. Na wie denn auch, kommentiert Kolle. Um dort hinaufzukommen, müsste man ja fliegen können. Endlich erreichen sie einen breiten Fluss, der den Rand der Wüste markiert. Kolle blickt sehnsüchtig auf den Wald auf der anderen Seite. Doch Willert führt sie am linken Ufer entlang durch eine mit dürrem, braunem Gras bestandene Ebene, aus der das gewaltige Felsmassiv des Himmelsturms steil herausragt. Vereinzelte Bäume mit langen Stämmen und seltsamen flachen Blätterkronen bieten nicht genug Schatten, sodass Primus' Freund seinen Kürbis weiter aufbehalten muss. Neben dem Himmelsturm erhebt sich ein weiterer, nicht ganz so hoher Berg, aus dem sich ein breiter Lavastrom in die Ebene ergießt. Die drei Freunde machen einen weiten Bogen darum. Ihr Weg führt sie am Rand eines Sumpfgebiets entlang. Was war das denn? fragt Kolle plötzlich und zeigt auf das Wasser. Was? fragt Primo. Na, da war so ein schwarzes Ding mit vielen Armen. Ach, da willst du doch bloß Angst einjagen. Nein, ehrlich, es hatte ein riesiges Maul mit vielen Zähnen. Ach, nun hör endlich auf, Kolle. Ich finde diese Reise auch so schon abenteuerlich genug. Wenn du mir jetzt noch irgendwelche Märchen... Weiter kommt er nicht, denn in diesem Moment taucht tatsächlich ein schwarzes, nassglänzendes Ungetüm aus dem Wasser auf. Es hat einen länglichen Körper mit zwei großen weißen Augen und acht lange, dünne Arme. Ich, ich habe nicht gewusst, dass es im Wasser Spinneln gibt, ruft Primo aus. Die, die können doch nicht etwa an Land kommen. Das ist keine Spinne, das ist ein Tintenfisch, erklärt Widdert. Die sind harmlos. Harmlos? Bist du sicher? Diese Arme sehen so aus, als ob das Monster einen damit packen und ins Wasser ziehen könnte. Keine Angst, das tut dir nichts. Jetzt komm, wir sind noch nicht am Ziel. Als sie einen Ausläufer des Himmelsturm-Felsmassivs am Ufer des Sumpfes umrunden, bleiben Primo und Colle abrupt stehen. Ein gedämpftes Stöhnen klingt aus dem Kürbis. Oh nein, ruft Primo aus. Entsetzt starrt er auf die Landschaft, die sich vor ihnen erhebt. Endlose Berge aus Sand. Schau mal, das war's schon. Morgen kommt Kapitel 5. Fremde. Fremde. Bin ich ja gespannt.